Die Märkte fallen und fallen im Jahr 2022 und viele fragen sich, wie kann man in solchen Märkten überhaupt Geld verdienen? Und ich sage, ja, das geht. Und wie genau ich das gemacht habe in den letzten Monaten, das möchte ich dir einmal jetzt näher zeigen in diesem Video. Ja, seit dem letzten Konto-Update ist schon eine Weile vergangen. Mirko und ich haben das früher immer wöchentlich gezeigt in unserem Marktgespräch. Inzwischen heißt es Marktradar. Wir wollten etwas mehr Zeit nehmen, um entsprechend den Rück- und Ausblick zu geben. Und ich habe ja versprochen, dass ich das Konto-Update in separate Videos packe. Nun war ich viel unterwegs in letzter Zeit. Ich war in Phoenix, ich war in Wien und andere Dinge kamen dazwischen, sodass ich nicht dazu kam zum Konto-Update. Der ein oder andere hat sich schon gefragt, was ist mit dem Konto passiert? Existiert es überhaupt noch? Und ich kann beruhigen, ja, es existiert noch und es lief sogar besonders gut. Deshalb ärgert es mich auch, dass ich nicht direkt die Updates gebracht habe. Aber ich kann es jetzt endlich mal wieder zeigen. Heute ist der 1. November. Wird also Zeit, mal wieder raufzuschauen, was denn so alles passiert ist in den letzten Monaten. Da möchte ich gerne direkt anknüpfen und mal ein paar Trades aus den letzten Monaten zeigen. Und dann den aktuellen Stand, wie entsprechend noch Positionen im Depot sind und was der aktuelle Stand entsprechend ist. Also lasst uns nicht lange rumfackeln und direkt mal draufschauen, was für interessante Trades in letzter Zeit so gelaufen sind. Wir beginnen einmal hier mit dem Roku-Trade, der schon ein bisschen länger her ist. Das ist ein klassischer Post-Earnings-Trade, den ich hier gemacht habe. Von dem habe ich jetzt einige aufgesetzt, gerade jetzt in dieser Quartalszahlensaison. Und den habe ich bereits hier Ende Juli aufgesetzt. Wie man sieht, habe ich diesen entsprechend hier am 29.07. aufgesetzt und habe hier entsprechend einen 50er Short Put geschrieben. Das heißt entsprechend darauf gesetzt, dass der Kurs sich nach diesen schlecht aufgenommenen Quartalszahlen, wir sehen diese große Kurslücke nach unten, entsprechend stabilisiert. Nicht weiter abverkauft wird und dass entsprechend die Schwankungserwartung zurückgeht. Das sehen wir hier anhand der blauen Linie. Wenn die Quartalszahlen raus sind, sind ja erstmal alle Nachrichten im Markt. Und dann beruhigt sich meistens auch wieder die Schwankungserwartung. Das sehen wir entsprechend hier. Und gerade bei so einer doch sehr negativen Überraschung, wie es bei Roku der Fall war, haben wir entsprechend gesehen, dass hier entsprechend nochmal Potenzial war für weiteren Verfall, was die Volatilität angeht. Und ja, das war Gold richtig, direkt den Trade am ersten Tag hier aufzusetzen. Wir sehen direkt am folgenden Handelstag, was entsprechend dann der 1. August war, also der Montag danach, war es entsprechend so, dass die Aktie sich sofort erholt hat. Ich konnte die Position also hier direkt wieder schließen. Eröffnet habe ich das Ganze für 2,18 Dollar hier am 29.07. und konnte das am Montag drauf bereits für 98 Cent wieder schließen. Das sind nicht meine üblichen 80 Prozent, sondern in diesem Fall einmal 54 Prozent. Aber ich sage mir, wenn ich in den ersten fünf Handelstagen mehr als 50 Prozent Gewinn mache, dann nehme ich diese Position sofort mit und realisiere den Gewinn und möchte nicht weiter im Risiko bleiben. Es bringt also nichts, noch mehr Zeit abzuwarten, um dann die restlichen Prozentpunkte zu verdienen. Natürlich wäre es hier auch relativ schnell an meine 80 Prozent Gewinnschwelle gelaufen, aber das weiß man ja vorher nicht, was hier danach passiert. Wir sehen, wie viele grüne Tage es noch gab. Das Geld wurde also vollständig geschlossen binnen einer Woche. Aber das weiß man eben vorher nicht. Insofern war es also ein schöner Trade, für den ich quasi nur ein Wochenende habe abwarten müssen. Gucken wir weiter zu dem nächsten interessanten Trade, den ich gemacht habe. Und zwar war das einer auf FedEx. Auch hier wieder ein Post-Earnings-Trade. Die Quartalszahlen wurden relativ schlecht aufgenommen bei FedEx und die Aktie stürzte ab. Und hier interessanterweise sehen wir mal einen Sonderfall, nämlich den Anstieg der Schwankungserwartung. Normalerweise geht er ja entsprechend zurück, wie wir es eben gesehen haben bei Roku. Hier in dem Fall bei FedEx ist die Schwankungserwartung sogar nochmal angestiegen. Das heißt, ich habe sogar nochmal mehr Prämie bekommen als am Tag zuvor. Kommen nochmal etwas weiter weg mit meinen Strikes. In diesem Fall hier habe ich eine kürzere Laufzeit dafür dann gewählt, nämlich den Standardverfall im September. Also den 23. September habe ich hier gewählt als Verfall, was eben knapp eine Woche später war. Und dafür habe ich natürlich dann trotzdem noch eine hohe Prämie bekommen, weil entsprechend die Schwankungserwartung immer noch so extrem hoch war. Das war in diesem Fall 1,68 Dollar Prämie, die ich hier für die erste Tranche bekommen habe. Und 2,18 Dollar, die ich entsprechend für die zweite Tranche, die ich hier eröffnet habe, an diesem Tag bekommen habe. Wir sehen, die Aktie ist erstmal nach unten abverkauft worden, hat sich zum Tagesende aber wieder erholt. Und hier dasselbe, wie eben gezeigt bei Roku, da konnte sich auch der Preis wieder erholen übers Wochenende. Und vom 16. September auf den 19. September, also da lag ein Wochenende dazwischen, haben wir hier entsprechend eine kleine Preiserholung gehabt. Und wir sehen, wie auch die Schwankungserwartung zurückgeht. Also zwei Faktoren, die eben hier für mich gespielt haben. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich binnen diesem einen Handelstag 80% Gewinn realisieren konnte. Ich habe dann diese Option zurückgekauft für 36 Cent. Ja, also auch hier ein schöner Trade, der sich ja lustigerweise hier in dem Fall Gold richtig ausgespielt hat. Denn danach ging es weiter runter mit der Aktie. Wäre zwar nicht so dramatisch gewesen, weil zum Verfall hin am 23. September wäre die Option ja trotzdem wertlos verfallen. Wir hätten den Strike nicht erreicht. Aber das kann natürlich auch nochmal sehr böse Gegeneinspielen, wenn die Aktie eben relativ schnell Richtung Strike fällt. Gerade wenn man nur noch eine solch kurze Restlaufzeit, wie in diesem Fall hier hat. Ja, machen wir weiter mit einem Nicht-Earnings-Trade. In dem Fall hier auf Netflix. Ich habe hier mal eingezeichnet, einen Widerstand, den wir hier hatten bei etwa 250 US-Dollar. Den wir wieder erreicht haben gegen Ende September. Hier am 20. September haben wir den wieder angelaufen. Die 250-Dollar-Marke nur kurz drüber gelookt. 250,49 Dollar. Aber nicht überwinden können. Ich habe hier den ersten Trade aufgesetzt, nämlich einen Short Call. In dem Fall hier einen 310er Short Call, also auch ein Naked Call. Die zweite Linie ist für den zweiten Trade dann. Also 310er Short Call. Und für den habe ich bekommen 3,55 Dollar. Laufzeit war hier entsprechend 21. Oktober. Der Standardverfall im Oktober. Und zurückgekauft habe ich den bereits nur drei Handelstage später. Nämlich am 23. September. Und da konnte ich den zurückkaufen für 1,30 Dollar. Also hier habe ich entsprechend 63% Gewinn realisiert. Auch hier wieder meine Regel. Wenn ich in den ersten fünf Handelstagen mehr als 50% plus habe, kaufe ich zurück. Ja, sicherlich wäre ich vielleicht auch noch knapp an die 80% gekommen. Aber wir sehen auch, warum das gut war, dass ich zurückgekauft habe. Zum einen, weil hier die Quartalszahlen eben noch nicht durch waren. Und deshalb hier die Schwankungserwartung sogar angestiegen ist. Was ja normal ist auch, wenn die Aktie fällt, dass die Schwankungserwartung steigt. Und zum anderen kamen kurz darauf Nachrichten raus, dass Netflix zwei Spieleentwickler gekauft hat. Und das hat solch eine Euphorie verursacht, dass die Aktie sofort wieder hoch ist Richtung 250 Dollar Marke. Diese Euphorie habe ich dann aber genutzt, um wieder eine neue Position aufzusetzen. Diesmal einen 300er Short Call, also 10 Dollar tiefer vom Strike. Aber dieselbe Laufzeit, also auch wieder der 21. Oktober. Diesmal war ich etwas länger im Trade. Wir sehen, die Voltität ist nicht gefallen. Die ist sogar leicht angestiegen über den Zeitraum. Aber der Preis ging seitwärts bis leicht abwärts. Das heißt, auch hier hat entsprechend das Tether, also der Zeitwertverfall, für mich gespielt. Und natürlich auch ein wenig das Delta. Der Preis ist hier entsprechend knapp 25 Dollar gesunken. Und das hat natürlich hier auch wieder für mich gespielt, sodass ich entsprechend am 11. Oktober aus diesem Trade rausgekommen bin. Eröffnet habe ich den für 3,70 Dollar. Geschlossen für 74 Cent. Also auch hier 80% Gewinnmitnahme realisieren können. Ja, natürlich hätte man sagen können, warum hier nicht nochmal? Naja, das war genau einen Tag vor den Quartalszahlen. Und ja, irgendwann wird natürlich jeder Widerstand auch mal gebrochen. In dem Fall war das direkt auf die Quartalszahlen. Die Nachricht wurde gut aufgenommen, dass Netflix neue Abonnenten hinzugewonnen hat. Und wir sehen dann hier ein Gap ab. Und dann wurde auch direkt weiter nach oben an die 300 Dollar Marke eben die Aktie herangekauft. Ja, das waren die interessantesten Trades so aus den letzten zweieinhalb Monaten. Jetzt gucken wir uns mal an, was aktuell noch Interessantes auf dem Konto drauf ist. Und zwar machen wir hier mal weiter mit einem Blick aufs Konto. Und da sehen wir dann direkt hier aktuell drauf eine Position in Vata. Und da möchte ich mal gleich auf den Chart springen, warum ich mich mal für einen Titel an der Eurex entschieden habe. Normalerweise mache ich das ja eher ungern, weil da die Liquidität relativ schwach ist. Das heißt, die Spreads sind groß und man kann sie einfach nicht so gut handeln. Hier in dem Fall hat es sich angeboten, weil der Vorstand den Ausblick komplett zusammengestrichen hat, eine Gewinnwarnung ausgeben musste. Das hat die Aktie sehr, sehr stark abstürzen lassen. Die Aktie hat sich hier im Ende September quasi halbiert von 60 Euro bis auf 30 Euro runter. Und da war entsprechend eine langfristige Unterstützungsbereich in diesem Bereich zwischen 25 und 30 Euro. Also habe ich mir gesagt, wenn wir hier bei 30 sind, dann schreibe ich einen kurzfristigen Put am Geld, einen 30er Put, der Laufzeit eben Oktober hatte. Und einen längerfristigen mit November Verfall, der entsprechend einen tieferen Strike hat, nämlich einen 20er Strike. Der Oktober konnte relativ schnell zurückgekauft werden, nachdem wir hier entsprechend nach oben gegangen waren wieder. Das heißt, das war tatsächlich ein relativ direktionaler Trade, den ich hier gemacht habe. Die Volatität ist natürlich auch abgefallen, aber hier, weil das die kurze Laufzeit war, ging es mir mehr darum, um die kurze Erholungsbewegung an diesem Level hier. Und bei dem längerfristigen Trade mit Laufzeit bis November, der ist ja hier aktuell noch im Depot, wie wir sehen, 18. November verfällt der, der ist aber kurz vor Rückkauf. Also wir haben, ja, wir sehen diesen großen Spread von 30 Cents knapp. Wir haben schon 38 Cents gesehen heute, aber leider ist noch kein Rückkauf erfolgt. Aber das sollte wahrscheinlich im Laufe dieser Woche noch der Fall sein. Ja, dann haben wir weitere ein paar Earnings-Trades, die ich hier noch offen habe. Letzte Woche waren ja Quartalszahnvorlage von vielen Technologiewerten, unter anderem Amazon, Meta-Plattforms und Snapchat. Beginnen wir mal mit Snapchat. Das war nämlich der Erste, die sogar vor zwei Wochen schon Quartalszahlen vorgelegt haben. Und da gucken wir uns mal an, was hier passiert ist. Die hatten nämlich ein wahres Blutbad erlebt auf ihre Quartalszahlen. Wir sehen, dass die Aktie hier über 30% abgestürzt ist auf die Quartalszahlen, dann aber am Tag nach den Quartalszahlen hier einen Boden finden konnte. Ich habe direkt zur Eröffnung eine Position aufgesetzt und wollte noch ein bisschen von dem Volatilitätsverfall profitieren. Es ist immer so eine Abwägung zwischen, ja, warte ich noch ein bisschen, bis die Aktie wirklich einen Boden gebildet hat, oder gehe ich schon rein, um noch ein bisschen vom Volatilitätsverfall zu profitieren. Hier war es nicht verkehrt, sofort eine Position zu eröffnen. Ich habe auch hier wieder einen gestaffelten Einstieg gehabt, nämlich einmal zu 30 Cents und einmal zu 32 Cents in einen Sechser-Strike Dezember-Put. Also durchaus noch ausreichend Abstand erstmals, ausgesehen von diesem Level hier. Da waren wir im Tief eben bei 7,33 Cents an diesem 21. Oktober, wo ich den Trade aufgesetzt habe. Und wir sehen, wie schnell sich die Aktie wieder erholt hat. Also 76% Erholung hatten wir bereits nach gerade mal vier Handelstagen. Und da haben wir auch die runde 10-Dollar-Marke hier erstmals berührt, über die wir heute entsprechend auch ausbrechen konnten. Wir sehen, die Schwankungserwartung ist hier auch nochmal weiter zurückgelaufen. Und dieser Trade ist entsprechend jetzt auch schon relativ gut im Plus. Wir sind auch hier kurz vor Rückkauf. Der Nachteil hier ist, dass man entsprechend nur so eine geringe Prämia zum Beginn vereinnahmt hat, was dazu führt, dass man relativ lange warten muss, bis dann der Rückkauf erfolgt, wenn man hier im einstelligen Cent-Bereich ist. Weshalb ich diese Titel eigentlich eher meide. Ich fand es aber trotzdem relativ interessant, weil ich hier entsprechend auch von der Erholung ausgegangen bin. Ja, Meta-Plattforms und Amazon, auch zwei Titel, die relativ krass abgestraft worden sind. Beginnen wir mal mit Amazon, die ja auf die Quartals dann auch an die 20% verloren haben. Wir sehen hier, die sind auf jeden Fall auf einem 52-Wochen-Tief. Und ja, weiterhin Abgabedruck hier derzeit. 85er-Strike habe ich hier gewählt. Liegt also auf Höhe der Corona-Tiefs von 2020. Müssen wir mal schauen, wo sich die Aktie hier stabilisieren kann. Die implizierte Volatilität fällt aber hier auch schon wieder etwas ab seit den Quartalszahlen. Aber noch ist dieser Trade hier ein wenig hinten. Etwa 13% bin ich da heute im Minus. Bei Meta-Plattforms habe ich zwei verschiedene Strikes gewählt. Da gucken wir auch mal rein, wie die Aktie hier derzeit steht. Heute geht es ein klein wenig aufwärts. Wir stabilisieren uns unterhalb der 100-Dollar-Marke. Die Volatilität ist ein klein wenig rückläufig. Aber auch hier muss ich wahrscheinlich noch etwas abwarten, bis auch die Märkte sich stabilisiert haben. Und die Federal Reserve, die Notenbank der USA, eben morgen ihren Zinsentscheid verkündet hat. Dann sollte auch mal hier wieder ein wenig Stabilität in den Markt zurückkehren. Ja, auf jeden Fall hier ein gefallener Engel. Früher hat man die Plattform geliebt und heute wird sie verschmäht. Niemand möchte mehr Facebook anfassen. 10 Milliarden Investment ins Metaverse. Viele kritisieren das Ganze. Ich finde das interessant auf lange Sicht. Aber hier ist es einfach nur ein Trade, bei dem ich davon profitieren möchte, dass die Schwankungserwartung noch ein wenig zurückgeht und die Aktie sich stabilisiert. Insofern habe ich hier in dem Fall sogar zwei verschiedene Strikes gewählt. Mit Verfall im Dezember, 75er und 80er Put. Und habe hier Prämien eingenommen. Die Positionen sind derzeit 15% und knapp 10% im Plus. Eine Aktienposition habe ich auch noch drinnen. Das war aus einem Tauschgeschäft von 3M, das ich nicht abgesichert hatte. Ich habe hier dann nochmal nachgelegt und noch ein paar Aktien dazugekauft. Da bin ich jetzt auch etwas im Plus. Ich werde noch ein klein wenig warten. Vielleicht erholt sich die Aktie noch etwas weiter, da hier so ein kleiner Short Squeeze anstehen könnte, weil die durch Leerverkäufer sehr, sehr stark gedrückt worden ist. Und dann gucken wir mal, was aus dieser Position auch noch wird. Ja, derzeit die Cushion bei 91%. Heißt, wir haben also nur 9% Margin-Auslastung. Relativ viel Puffer. Ich plane aber nicht, das noch sehr viel weiter auszuweiten. Werde auch hier wieder mit humaner Dosis weitere Puts entsprechend verkaufen. Ich gehe für den Rest des Jahres von einem eher stabilen Marktumfeld aus bis entsprechend durchaus steigenden Markt. So eine kleine Weihnachtsrallye wäre sicherlich nicht verkehrt. Heißt aber trotzdem nicht, dass man nicht vorsichtig sein muss, denn der Aktienmarkt ist weiterhin angeschlagen insgesamt. Man muss hier einfach vorsichtig sein. Ja, gucken wir also mal auf das Konto rauf. Was haben wir hier als Kontostand derzeit? Das sind jetzt 230.600 Euro. Jetzt wird man sich fragen, wie kann das denn sein seit dem letzten Update? Da waren wir doch nochmal 100.000 tiefer. Und ja, es hat sich tatsächlich sehr viel getan mit den ganzen Positionen, die gefahren wurden. Auch ein paar kleinere Future-Positionen, die ich hier gefahren habe. Und gerade jetzt, in den letzten ein, zwei Monaten, gab es hier einen extremen Push auf diesem Konto, sodass ich hier auch eine sehr, sehr gute Performance, muss ich sagen, entsprechend realisieren konnte. Ich werde das gerade mal hier einblenden. Dann sehen wir die Performance seit Jahresbeginn bis entsprechend gestern Schluss, 31. Oktober, habe ich hier 124,8% auf dieses Konto realisieren können. Was nicht schlecht ist, in Anbetracht dessen, dass wir ja erst Mitte letzten Jahres, Mitte Juli gestartet sind und da eher eine schwache Performance hatten bis zum Jahresende von gerade mal 2,2%. Dann freut es mich umso mehr, dass ich dieses Jahr eine relativ exorbitante Performance, muss man eigentlich sagen, realisieren konnte bislang. Das ist natürlich auch ein außergewöhnliches Ergebnis, muss man dazu sagen. Aber es war noch keine einfache Marktphase. Es hat sich halt gezeigt, dass wir ab März, April definitiv in dem Bärenmarkt waren. Und dann muss man natürlich vorsichtiger sein, was die Short-Puts auf Aktien angeht, beziehungsweise eher solche Positionen aufsetzen, wie ich es jetzt gemacht hatte mit den Post-Earnings-Plays, wo man auf eine Erholung spekuliert oder einen weiteren Verfall der Volatilität. Sowas ist dann interessanter oder entsprechend dann weitergeht zu den Future-Optionen. Denn auch da gibt es immer interessante Möglichkeiten. Dieses Jahr gab es ja eine Hülle und Fülle, war quasi ein Schlaraffenland bei den Futures. Wenn man mal bedenkt in den Rohstoffen, was es da für Schwankungen gab, gerade beim Erdöl, beim Erdgas, aber auch bei Weizen und anderen Rohstoffen, die entsprechend durch den Krieg in der Ukraine entsprechend sehr stark zum einen nach oben geschossen sind und zum anderen natürlich auch schnell wieder runterkamen. Und so gab es eben relativ viele Möglichkeiten, hier zu agieren mit Optionen und in diesem Jahr eben besonders mit Future-Optionen. Ich bin gespannt, wie die letzten zwei Monate weitergehen. Und ja, ich werde euch jetzt wieder regelmäßig Updates hier geben auf dem Kanal. Wenn ihr also noch nicht den Kanal abonniert habt oder einen Daumen hoch gegeben habt, dann macht das auf jeden Fall jetzt, damit ihr weiterhin informiert seid über das nächste Update. Und wenn ihr noch Fragen habt, freue ich mich natürlich auch über Kommentare unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.